ein wunderschönen guten tag ladies and gentlemen und herzlich willkommen bei chrisley tv heute geht es weiter in die nächste runde mit revenge glaube ich hieß es gerade ich nehme heute meine mdrgl mit die habe ich leider nur noch drei tage wir steigen hier bei 68 kills ein was ein scheiß und cool das wird eine verdammt kurze runde das ist ja richtig uncool egal dann haben wir die map auch mal gesehen das ist wichtig ja ich kräftig ich verpöse noch verdammt der axt hier im übrigen gewollt fast fertig mit denen team der mitsch je nachdem ist glaube ich nur noch drei folgen dann haben wir es endlich geschafft mit team deathmatch ich werde auf jeden fall nicht alle mods machen wie zum beispiel dass ich weiß gar nicht wie das wie der mod heißt auf jeden fall muss man da irgendwelche kisten kaputt machen und zerschießen und voll erläuft abfakt auf diesem mode habe ich absolut gar keinen bock genauso wie diesen überlebensmodus schade dass die runde so naja ihr wisst schon rein gejoint ist aber auch das passiert manchmal ach wo habe ich denn jetzt hingeschossen verdammt bist du blind jung oder was da oder der halb wurde nicht der hat eine nette geschmissen verdammt die scheiße tat gar weh die tat auch weh aber ich habe dich getroffen Junge die Treffer nicht auch mal ein 130 Kill schon eine verflixt fixe Runde im wahrsten Sinne des Wurdees hab ich doch mal in seinen Lauf reingeguckt das Wetter schön genug ist da für den Krieg das ist so eine richtige Camper Map die stehen da oben nur, die stehen hier unten nur da siehst du, da stehen sie nämlich auch nur so richtige dreckige Camper Map, so richtig ekelhaft und das war's ja schon mit der Runde gewesen eine relativ schnelle Runde heute die geht gerade mal drei Minuten ähm ja das ähm egal wir schauen wie wir gespielt haben sieben zu acht ein Kill negativ was dabei dachte ich ich war so gut gewesen egal dann ähm ja shit happens ne würd ich sagen ey das ist echt schon so schnell vorbei egal ähm lasst doch ein Abo, ein Like oder ein Kommentar da wenns euch gefallen hat ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge Team Deathmatch hier bei KrizzlyTV bis dahin haut rein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal